Ja und zurück zu Pro Evolution Soccer 2015 Und ja wir haben ja erst einen Teil gesehen Aber ich habe es jetzt noch nicht geschafft weiter zu spielen Manchmal lässt es die Zeit Leider nicht zu Jetzt geht es aber auf jeden Fall weiter Und im ersten Teil waren wir schon sehr erfolgreich Da haben wir nämlich gleich zwei Treffer erzielt Und dementsprechend auch das Spiel Gewonnen, da waren wir sehr gut Und hoffen natürlich, dass wir jetzt am ersten Spieltag Wenn es in die Paz-Liga geht, nämlich in die Also Pazifik Asien Liga, irgendwie so Auf jeden Fall ist es hier irgendwie Im asiatischen Raum bewegt sich das Ganze Ich hoffe wir können das erste Gewinnen, jetzt geht es ja tatsächlich auch In die Statistik Trainervertrauensniveau ist auf jeden Fall Gestiegen, wir hatten es glaube ich im letzten Teil 56, jetzt 60 nach den zwei Treffern Zu Beginn im Freundschaftsspiel Wir sind in der Startaufstellung Unser Team leicht im Nachteil Gegenüber dem Gegner, was wir auch gerade Oben sehen können An der Sternwertung Also drei bei Jakarta und nur Zweieinhalb bei Thea Young Wo wir ja Verpflichtet sind Ja, wir wollen mal reingehen Und wollen jetzt immer so pro Teil Mal zwei Spiele zeigen Wir gehen ins nächste Spiel Die Karriere bei Pro Evolution Soccer Und ich hoffe, dass wir Wieder ähnlich erfolgreich sein können Was mich nicht so überzeugt hat Entschuldigt War ja leider, dass jetzt auch mittlerweile die Pfeile existieren Wie bei FIFA Jetzt hat mir letztes Mal noch einer einen Hinweis geschrieben Was ich mit der Kamera machen muss Aber glaub mir mal nicht, dass ich mir das jetzt gemerkt habe Das heißt Lass mich mal überlegen Hoffentlich fällt es mir jetzt ein, wenn ich gleich die Kamera einstelle Weil ich meine, da war einer dabei Wo er Sagt, dass Man Das fixieren könnte Aufs Spiel und nicht auf sich selber Wir gehen mal den ersten Spiel und schauen mal rein Ich halte mal den Mund Okay Ich halte mal den Mund Entschuldigt Kein Das ist die Aufstellung für heute. Also, wollen wir mal reingehen. Wir sehen jetzt, wir sind wieder vorne rechts aufgestellt. 4-1-2-3-Formation. Gerade sagt mir, oder ich habe jetzt gerade nochmal hier den Kommentar von euch auf, dass Kamera auf den Ball gleich Select. Jetzt gibt es ja hier kein Select mehr. Das wäre also Share oder Options. Eins von beiden. Oder es gibt hier irgendwo eine Möglichkeit, aber ich sehe es jetzt hier nicht. Spieler, Weit, Weitwinkel, Benutzer definiert. Kann ich jetzt, wie gesagt, hier nicht feststellen, ob es jetzt hier irgendwie eine Möglichkeit gibt. Angeblich Select, aber was soll denn da Select sein jetzt hier? Es gibt kein Select. Aber gefühlt ist der, wie kann man jetzt auf den Ball? Oder vertue ich mich? Ist aber egal. Auf jeden Fall starten wir. Und hoffentlich erfolgreich in diese Saison. Wir bieten uns direkt an. Und wir haben natürlich nicht so die krasse Fitness. Und das sollten wir auch berücksichtigen. Immer vorsichtig sein. Da kommt der Ball. Wir sind schnell. Ja, der Ball, der kommt auch auf uns. Der erste Schuss aufs Tor. Und da hätte es gleich mal scheppern können. Was für eine Aktion. Schöner Ball da. Im richtigen Moment gespielt. Und wir schaffen es beinahe hier. Beim nächsten Mal ist der Ball im Tor. Den Ball im Tor unterzubringen. Wunderbare Aktion. Erste schöne Aktion nach vorne. So muss das sein. So darf das starten, das Spiel. Und hoffentlich geht es so weiter. Für uns bisher erfolgreich. Suchen eine Anspielstation. Finden sie auch. Der Ball jetzt mal lang, weil wir ihn angefordert haben. Der kommt auch wieder. Soll jetzt mal den Ball wieder in den Lauf. Kriegt er ihn? Nein, kriegt er nicht. Oh, war das knapp. Alle so ein bisschen dabei gewesen. Aber hat nicht ganz gereicht. Kommt der Ball wieder. Gefühlt kriegen wir hier sehr viele Bälle. Da kommt der Ball jetzt durch. Ist es abseits oder ist das kein Abseits? Und wir legen einen auf. Für unseren Mitspieler. Schnelles Konkurator erzielt. 120 GP erreicht. Und wir machen unsere erste Vorlage der Saison. Haben den Ball schön an zentraler Position bekommen. Und sehen den Mann dann frei. Da kriegen wir ihn. Ihr seht es. Und da haben wir gleich zwei Anspielstationen. Entscheidungen uns aber für den Spieler auf der linken Seite. Eins, zwei. Und der ist drin. Gefühlt war es immer so. Bei der dritten Ballbewegung war es schon kein Assist mehr. Aber hier nur zwei benötigt. Also ein Assist, der auf unser Konto gehen wird. Und das ist der erste in der Saison. Ja Mensch, was ist denn das hier? Wir spielen ja richtig erfolgreich. Und Spaß macht es auch noch. PS ist einfach ein geiles Spiel. Dieses Jahr das Spielgefühl deutlich besser. Deutlich flüssiger. Wieder zurück zu Zeiten zu PS6 und PS5. Was alle begeistert. Was allen Spaß macht. Der Gegner kommt hier zugeschossen. Aber keine Chance hier. Das Ganze unterzuringen im Tor. Der Ball wieder rausgeschlagen. Jetzt müssen wir uns mal hier bewegen. Kommt der Ball vielleicht. Aber wieder abgefangen. So, jetzt der Gegner die ganze Zeit hier am Ball. Jetzt kriegen wir ihn mal. In den Laufungen. Den kriegen wir nicht. Auf der Schusstaste, also in dem Fall Viereck bei Pro Evolution Soccer. Ihr vertritt euch nicht. Es ist ja so, dass wir auf der Viereck-Taste uns Spieler ranholen können. Die mit uns dann Druck auf den Ball führenden Spieler ausüben. Das war gar nichts. Aber wir kriegen den Ball zurück. Und jetzt mal mit Tempo. Ja, und da werden wir nicht angegriffen. Und das ist gefährlich. Und deswegen lassen wir einen fliegen. Und der Torwart mit Problemen. Ich tag ihn gerade noch aus dem Winkel fischen. Also, wir spielen wirklich gut. Und ich habe es ja mal zu Anfang erwähnt. Der Schwierigkeitsmodus, der ist der zweithöchste. Topspieler. Danach kommt ja nur noch, ich glaube, Superstar. Gefühlt ist das der richtige Schwierigkeitsgrad. Es läuft auf jeden Fall ganz gut. Vielleicht kommt er jetzt, aber nein, leider nicht. Die Ecke war gar nicht schlecht. In den 5-Meter-Raum geschlagen, muss nur ein bisschen tiefer kommen. So kommt leider nur der Torwart ran. So, jetzt fordere ich beispielsweise einen zweiten Mann an, der mich hier unterstützt, auf den Ball führenden Spieler Druck auszuüben. Aber der Ball, der ist jetzt wieder in unseren Reihen. Jetzt geben wir mal wieder Gas. Ihr seht schon, unsere Fitness ist schon wieder fast am Boden. Also, das wird sich natürlich auch mit der Zeit noch etwas verbessern. Hoffen wir es zumindest. Schöner Ball. Ja, fast liegen wir ihn da durchgesteckt, aber nicht ganz. Ein bisschen Pech gehabt da. Wegen uns hier auf unserer Position. Bin mal gespannt in diesem Spiel. Wir haben sich dann auch wieder früh ausgewechselt. Wird natürlich dann auch auf die Attribute sich niederschlagen. Wenn wir eine gute Partie machen, wenn wir eine gute Note kriegen. Wenn wir Tore und Assists machen, ist es immer gut. Und das Ganze wird sich dann vermutlich auch irgendwann auf die Fitness auswirken. Können das ja Ganze auch noch durch Fokuspunkte nachher verteilen, wenn wir sagen, uns geht es nicht schnell genug. Aber erst mal Halbzeit. Wir haben einen vorbereitet. 1 zu 0. Können zufrieden sein. Das ist unser erstes Ligaspiel. Und wir haben zwar weniger mal Besitz, aber führen 1 zu 0. Erfolgt ja die Person auch. Weniger Flanken. Allerdings mehr abgefangene Pässe. Weniger Attacken. Und mehr parierte Torschüsse jeweils. 1 zu 1. Wobei wir einen Schuss insgesamt mehr unterbringen konnten. Als der Gegner. Aber sehr ausgeglichene Statistik. Trotzdem, die eine Aktion hat den Ausschlag gegeben. Und das hat gereicht hier, um zunächst mal 1 zu 0 in Führung zu gehen. Jetzt vielleicht, wenn wir den Ball kriegen, aber wieder sehr hoch angespielt. Schwierig da auch zu verarbeiten für mich, selbst wenn ich ihn jetzt kriegen würde. So, da kommt der Ball. Der Kopfball, aber auch den kriegen wir nicht ganz. Haben ja auf 7 Minuten Spielzeit gestellt. Oh, der Ball jetzt schön gespielt vom Gegner. Ah, schade. Der war ja sogar für uns gedacht. Ich würde mal behaupten, jetzt klappt das hier mit der Kamera. Ich weiß nicht, woran das liegt. Was ich jetzt hier auf Select gedrückt habe. Was gar nicht mehr auf der Playstation Controller zu finden ist. Das wäre ja dann das Touchpad vielleicht. Ich habe auf jeden Fall drauf gedrückt. Kamera zentriert. Also, danke für den Hinweis. Ah, jetzt mal der Ball. Der kommt da auch. Schöner, langer Pass. Das war wichtig, dass wir uns hier nochmal am Offensivspiel auch beteiligen. Ja, der war auch für uns gedacht. Aber dann müsste er auch ein bisschen präziser kommen. Da in den Rücken gespielt von unserem Mitspieler. Ja, den Ball fangen wir ab. Sehr gut. Der Trainer hat doch gar nicht gewechselt heute. Ah, schade. Da hören schon, da machen sich die Ersten warm an der Außenlinie. Ist ja auch klar, wir sind völlig blank. Was die Fitness angeht. Wir werden jetzt hier kein Laufduell mehr gewinnen. Der Ball kommt wieder lang. Aber wir sind momentan, haben wir das Spiel einigermaßen im Griff. Nicht mehr viele Aktionen des Gegners nach vorne. Obwohl wir, wie gesagt, schlechter Einzelstufen sind von der Gesamtbewertung. Trotzdem führen wir hier. Wäre auf jeden Fall ein wichtiger, ein schöner Start, wenn wir hier mit einem Sieg in die Saison starten. Die ersten drei Punkte sind ja nie verkehrt, die direkt am Anfang der Saison zusammen. Gibt einem so ein bisschen Selbstvertrauen für die nächsten Spiele. Und da sagt es der Wolf, fuß gerade auch nochmal richtig. Sieht zwar alles schön aus, der Ball besitzt es da, aber nach vorne. Da passiert nichts. Und tatsächlich ist es so, also der Gegner spielt zwar hin und her, aber richtig nach vorne kommt er nicht so. Jetzt vielleicht mal. Ja, aber da sind wir auch da. Vorsicht da. Oh, an den Pfosten. Glück gehabt. Kommt der Gegner nochmal. Der Ball ist wieder da. Der Torwart ist da. Und das war knapp. Glück gehabt hier und gut pariert vom Torwart. In der zweiten Aktion, der Ball wieder weit nach vorne geschlagen. Ich gehe nicht mit dem Kopf. Aber jetzt vielleicht mal der hohe Ball, den ich da versucht habe über die Abwehr zu schlagen. Aber auch der findet sein Ziel nicht mehr. Also haben wir Probleme jetzt hier überhaupt nochmal an den Ball zu kommen. Aber solange der Ball zumindest von unserem Tor weg bleibt, wäre das ja alles schon erstrebenswert hier. Oh, der Ball fast nochmal durch. Jetzt müssen wir hier nochmal einen Meter machen, auch wenn uns die Fitness eigentlich nicht mehr wirklich dazu befähigt. Haben wir gerade nochmal den Ball erobert. Leider wieder schnell verloren. Das war nicht gut. Oh, schöne Aktioner. Mit dem Tackling den Ball erobert. Und wir gewinnen 1 zu 0 im ersten Spiel. Wichtig, erste Eindrücke aus der Saison gesammelt. Und wir sehen auch, wir freuen uns zurecht, denke ich. Erstes Spiel, erste Vorlage für uns. Und vor allen Dingen erster Sieg. Und das trotz deutlich weniger. Ballbesitz, wir kriegen es 7,0. Das ist eine ordentliche Bewertung. Keine überragende Bewertung, aber immer noch in Ordnung. Hätte ich mir trotzdem ein bisschen mehr erwartet, vielleicht. 7,0 ist doch recht niedrig. Obwohl wir eine Vorlage geleistet haben, aber schauen wir mal, woran es liegen könnte. Gespielte Zeit 90 Minuten, nur 20 Ballkontakte. Das ist natürlich wirklich nicht viel. Und da sieht man also auch schon, woran es liegen kann. Dass es halt individuell nicht ganz gepasst hat von der Note. Trotz der Vorlage. Aber wir haben zumindest unser Profi-Debüt gegeben. Da sehen wir oben rechts. Haben eine Vorlage geleistet. Und kippen wir hier auf die ersten Ergebnisse. Höchster Sieg hier von Karim Scharai. Oder wie sie auch immer heißen. Nöten im 3 zu 0. Ansonsten hält sich das alles in Grenzen, was die Ergebnisse angeht. Das heißt, wir erobern zumindest mal zu Beginn, nach dem ersten Spieltag, den Tabellenplatz. Platz 4 mit, ja, vier weiteren Teams. Und, ja, noch alles ausgeglichen, logischerweise. Wir können mal gucken, ist bei den Attributen ein bisschen was passiert. Das sehen wir wahrscheinlich eher hier. Ihr seht, dass die blauen Leisten sich unterschiedlich weit gefüllt haben. Beispielsweise steigt das Dribbling nicht so stark wie Attribute, die eher gering sind. Das liegt natürlich daran, dass Dribbling schon auf 81 ist bei uns. Von daher haben wir hier nicht allzu viel zu erwarten. Spielerfähigkeiten noch keine. Die müssten wir ja dann ausbilden. Insgesamt aber nicht schlecht, dass wir hier schon mal eine Vorlage geleistet haben. Und wollen weitermachen. Haben sogar ein Trophäe dafür bekommen. Guck an. Bekannt kam bei der Nationalmannschaft. Kadas. Und da werden wir mit Sicherheit nicht dabei sein. So ist es auch. Neuzugänge enthüllt. Also haben anscheinend auch als Team noch ein paar Neuverpflichtungen getätigt. Sehen auch, was dazugekommen ist. Wir sind jetzt nicht dabei, weil wir schon als Neuzugang quasi gewertet wurden. Unser Trainervertrauen ist außerdem gestiegen, wie wir sehen können, auf 63. Haben drei Jahre Vertragslaufzeit bei einem Jahresgehalt von 452.000 Euro. Was okay ist. Und ich denke auch für, ja, noch so einen Halbprofi noch ganz in Ordnung. Habe jetzt MyClub auch noch nicht gespielt. Ich hatte ja gesagt, ich möchte es eigentlich zeigen. Habe jetzt aber schon ein paar unzufriedene Stimmen gehört, dass man zum Beispiel Spieler nicht unbedingt nach Position oder sowas verpflichten kann, sondern dass man die halt zufällig nur ziehen kann. Das heißt, man kriegt, egal was man probiert, nur zufällig Spieler. Was natürlich insgesamt nicht gut wäre, weil man dann halt vielleicht einen Verteidiger braucht, aber die ganze Zeit nur Stürmer oder Mittelfeldspieler bekommt. Das wäre das Schlechteste. Ich habe es allerdings noch nicht gespielt. Ich würde mich auch gerne vorher selber noch mal ein bisschen damit beschäftigen. Selber ein bisschen spielen. Und dann mit euch das Ganze vielleicht noch mal ab und zu dann reinschauen. Immer mal wieder ein Spiel spielen. Ich hätte auf jeden Fall richtig Lust. Und möchte es auch durchaus mit euch machen. Und würde mich auch interessieren, wie ihr das seht. Habt ihr da vielleicht auch Spaß dran? Ein bisschen von MyClub zu sehen. Es muss ja nicht so regelmäßig sein, aber ich denke mal, dass man vielleicht schon mal den Modus gesehen haben möchte. Wir gehen mal weiter. Sangran gegen Tejang und wieder 3 gegen 2,5 Sterne. Wir sind wieder leicht unterlegen. Aber unsere Karriere hat sich ja schon ganz gut entwickelt. Es macht wirklich unheimlich Spaß einfach zu spielen, weil dieses Spielgefühl ist einfach total genial. Es ist einfach wie, ich kann es immer nur wieder betonen, wie PS5, wie PS6. Das macht einfach Spaß. Es ist super. Ich habe richtig Lust auch gleich mal irgendwie selber ein bisschen online zu zocken. Das ist einfach, also Pro Evolution Soccer begeistert mich in diesem Jahr einfach wieder durch die Spieldynamik, durch das Spielgefühl an sich. Das ist bei FIFA aber weit ziemlich so schön dieses Jahr. Das Einzige, was mich so ein bisschen enttäuscht, ist die Ausarbeitung. Da haben sie ein bisschen zurückgestuft. Ich hatte ja gesagt, früher musste man sich in einem Auswahlspiel im Karrieremodus beweisen. Jetzt gibt man einen Verein zugewiesen. Aber wir sehen ja auch keinen Weltklasseverein, sondern wir waren bisher immer das unterlegenere Team. Haben ein Team zugelost bekommen, wo wir schon spielen. Aber auch wenn der Ball vorhin im Ausgewesen wäre, auch ausgewechselt gewesen oder worden werden. Aber der Ball war die ganze Zeit im Spiel. So sind wir da 90 Minuten draufgeblieben. Das ist dann natürlich ein bisschen verwischt, dass es hier bei PS schon ein bisschen schneller geht im Auswechseln als bei FIFA. Insgesamt, wie gesagt, ich habe euch ja gesagt, es gibt halt Dinge, die sind bei FIFA einfach drockenschlecht. Keine Vertragslaufzeit. Keine wirkliche Vertragsverlängerung, die einem angeboten wird. Man muss sich eigentlich die ganze Zeit selber kümmern. Man kann nur dann den Verein wechseln, wenn man ein bisschen Lust hat. Und das finde ich ein bisschen schade. Sollte eigentlich nicht der Fall sein. Hier gibt es übrigens auch Entwicklungsstufen. Also wir befinden uns jetzt gerade auf einer Stufe, wo wir unser Potenzial noch am Ausschöpfen sind. Achso, wir müssen ja wieder gleich die Kamera zentrieren. Fällt mir ein. So, jetzt mache ich das nochmal über das Patchpad. Vielleicht ist es hier wirklich das Problem. Ah ne, das war jetzt der falsche Knopf. Sorry. So, vielleicht nochmal in die Kamera gehen. Da hatte ich ja Benutzer definiert. Äh, so. Denke, passt. So, und jetzt die Select jetzt hier. Wo ist denn jetzt hier Select wieder? Also, vorhin hat er es gemacht. Jetzt habe ich eigentlich alle Knöpfe gedrückt, wie ich vorhin gedrückt habe. Jetzt macht er es nicht. Warum auch immer. Das kann auch daran liegen, das war zumindest früher immer ein Fehler, wenn man in die Kamera stieg gegangen ist, dann musste man das erst wieder durchschalten. So, und dann ging das manchmal. Aber auch jetzt ist es wieder nicht auf den Ball zentriert und egal, was ich drücke, er zentriert die auch nicht. Wie heißt es so schön, das Runde muss ins Eckige, aber bisher hat noch keine der beiden Mannschaften diese Runde-Flichtball-Phase beherzigt. Konnten gerade mit den Richtungstasten die Abwehrreihe kontrollieren. Jetzt sehen wir allerdings wieder nicht, wo der Ball sich befindet. Und Select gleich Kamera zentrieren auf den Ball. Habe ich nicht feststellen können. Vielleicht dann nochmal ein Hinweis von euch, was ich hier falsch mache. Hab, wie gesagt, alles ausprobiert. Weiß nicht, was ich jetzt hier noch machen sollte. Das verhindert mich geregelt, dass ich einfach ein bisschen an der Kamera rumgespielt habe. Und plötzlich ging es irgendwann. So, der Ball jetzt mal erobert. Wenn wir ihn jetzt kriegen. Schöner Ball jetzt hier. Ja, machen lieber Meter alleine. War ein bisschen egoistisch und spielen den Ball dann auch zum Einwurf. Das war nicht gut. Das war schwach. Oh, der Ball ist schön wieder rausgespielt. Oh, da ist die Chance und der Schuss und der Zweite. Nein, wir kriegen ihn leider nicht. Rollt an uns vorbei. Der Ball wieder in die Mitte. Aber dieses Mal kommen wir nicht dran. Wir müssen uns beeilen. Rote Pfeile heißt ja, ihr bist ganz weit weg von dem Optimalen, wo du eigentlich sein solltest. Schade, schade. Das war gerade eine dicke Möglichkeit. Jetzt müssen wir hier Meter mit unserem Gegenspieler machen. So, der Ball, Lars, gerade eigentlich erobert. Schade. Da ist die Chance. Der Gegner wieder mit einer gefährlichen Aktion. Die wir allerdings nicht sehen. Und das beinahe ich wirklich. Ich verstehe es nicht. Ich möchte doch gerne... Warum kann ich jetzt nicht die... Ich weiß nicht, was ich hier machen muss. Also, es ist wirklich... Klar, man kann natürlich jetzt hier verschiedene andere Perspektiven wählen. Aber ihr seht ja, wir bleiben die ganze Zeit zentriert auf uns. Da kann ich machen, was ich möchte. Da kann ich auch drücken, was ich möchte. Da passiert gar nichts. Vorhin hat es funktioniert. Ganz kurios. Ich weiß jetzt auch nicht, was ich jetzt anders oder falsch gemacht hätte. Müssen wir uns vielleicht nochmal quer schließen, falls einer da mehr weiß als ich. Wie gesagt, Select gibt es nicht. Mehr auf dem Playstation-Controller. Options-Taste ist es definitiv nicht. Start-Taste, da komme ich nur ins Menü. Da zentriere ich nichts mit. Und deswegen sehen wir leider nicht, was da passiert vor unserem Tor. Aber da scheint eine Menge los zu sein. Also, wir haben weniger Ballbesitz. Und der Gegner bisher auch die besseren Aktionen. Der Ball ist schon wieder weg. Nicht gut gemacht von uns da. Da haben wir mal den Ball. Und dann halten wir ihn nicht lange genug. Jetzt mal ein schöner Pass. Der kommt auch an. Aber der Ball, wir sollen ihn erreichen, Kind. Der Sonne. Jetzt haben wir den Ball wieder erreicht. Den Ball wieder zurückgespielt. Zurückerobern. Aber 0 zu 0. Schotzenarmes Spiel. Einer haben wir gehabt. Aber das war gar nichts eigentlich. Da fehlt es noch an alten Ecken und Kanten. Da muss noch ein bisschen was passieren, dass ich da wirklich zufrieden sein kann. Der Ball war schon wirklich eng. Aber klinge ihn doch irgendwie. Schönes Dribbling eigentlich. Schützer-Rief da. Hallo. Kein Foul, sagt der Ref. Und dann glaube ich ihm das mal. Schöner Ball. Lopp. Erster Ball. Zweiter Ball. Schuss von uns. Tor. Über Umwege kommt der Ball zu uns. Und wir öffnen hier die Tortafel mit dem ersten Treffer. Da setzen wir unseren Namen drauf. Nachdem der Ball eigentlich gut nach vorne gespielt war. Von uns mit dem Lockpass. Sind wir jetzt gleich nochmal. Ja, der Gegner. Konzentriert sich der Gegner auf uns. Lässt im Hintergrund unseren Mitspieler laufen. Da kommt immer noch ein Verteidiger dran. Kickt ihn irgendwie an den Fuß. Und dann haben wir Glück bekommen den Ball. Sehen die Lücke. Der Torwart steht sofort rechts. Und nutzen das aus. Ein Tor für uns. Und wieder ein guter Start. Und wieder ein guter Start. Eines ist ein Tor bisher. Das lässt sich doch gut an hier für unsere Karriere. Mit Elan und mit einem Tor zurückgekommen aus der Kabine. Müssen die jetzt natürlich wieder defensive Aufgaben auch lösen. Ah, da muss das vorsichtig sein. Da kriegt er den Ball. Und dann spielt er den so schlecht raus. Und das ist das Tor für den Gegner. Weil wir da nicht gut in der Abwehr den Ball rausspielen. Wir fordern den Ball und wollen ihn eigentlich. Aber dann spielt er ihn dem Gegner in den Fuß. Und wir haben Probleme hier den Ball dann rauszubekommen. Wir gucken das Tor nochmal an. Weil wir es ja nicht richtig gesehen haben. Aber sehr, sehr schade. Weil so ein bisschen waren wir auch Auslöser. Weil der Ball eigentlich zu uns kommen sollte ursprünglich. Schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Da kommt der Ball. So, jetzt haben wir ihn eigentlich sicher. Da fordern wir jetzt den Ball. Und er muss ihn eigentlich nur anspielen. Aber spielt dem Gegner den Ball in den Fuß. Und dann ist er zu spät dran. Und noch hinten dran. Und dann kriegt er den irgendwie rum. Innenpfosten Tor. Auch noch Glück beim Abschluss. 1 zu 1. So schnell kann es gehen. Und das ist halt anders als bei FIFA. Definitiv. Weil hier kann der Gegner auch mal Tore schießen. Gibt es ja gar nicht. Der Ausgleich. Ein neuer Stand der Dinge. Und ich bin schon gespannt, wie die beiden Mannschaften, wenn sie sich erstmal auf diese neue Situation eingestellt haben, reagieren werden. Und schon ist wieder ein Aspekt, der mir einfach gefällt, ist, dass es hier einfach nicht gewonnen ist, wenn du ein Tor erzielst. Und das ist bei FIFA leider so. Schauen wir euch da die Teile an, die ich produziert habe. Es ist so, jedes Spiel, wo ich ein Tor erziele, das gewinne. Definitiv. Und da ist das 2 zu 1 für den Gegner. Und so schnell kann es gehen. Und schon liegst du hinten. Ja, und das ist einfach Realismus. Das ist Fußball. Und so gehört sich das auch. Leider natürlich jetzt hier im schlechten Fall für uns. Aber genauso kann es auch andersrum sein. So kann man das Spiel drehen. Und der Gegner führt. Und das war eine schöne Bewegung. Da wollen wir uns nicht angucken. Das haben wir gesehen. Und so führt der Gegner wieder. Wir werden ausgewechselt. Und so ist das halt. Ich finde es gut. Gucken wir nochmal in die Spieldaten rein, in den Live-Modus. Das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wobei man hier auch nicht sagen müsste, könnte das jetzt hier besonders viel zu sehen ist. Also Statistik im Sinne von Torstöße, Prozente im Ballbesitz oder sonst irgendwas sehen wir nicht. Im Gegenteil, wir verpassen sogar noch ein bisschen was. Wie ich gerade merke. Also gehen wir lieber wieder in den Modus. Gucken lieber hier weiter. Das war mir attraktiver für euch. Gleich können wir ja noch ein bisschen was sehen. Oh, das war knapp. Der Top-Ali-Star von uns. Fickt den Ball nochmal nach vorne. Aber da ist nicht mehr viel. Die Gelben haben hier den Ballbesitzung. Machen das 3 zu 1. Sangran mit dem 3 zu 1. Ein weiteres Tor. Und jetzt gehen wir also unter, nachdem wir doch 1 zu 0 geführt haben. So schnell kann es gehen. Das ist Fußball. Das macht Spaß. Das ist Pro-Hand-Bus im Zocker 2015. Auch wenn es lächerlich ist, weil wir gerade verlieren eigentlich und ich mich darüber gar nicht freuen dürfte. Aber es macht Spaß. Weil ich hasse FIFA einfach dafür, dass es nichts mehr passiert, wenn du ein Tor erzielt hast. Du kannst ja dann auch noch das Team steuern. Ja, wenn es nicht steuert, es kommt komplett komische Ergebnisse raus. In der 88. Minute führe ich 1 zu 0 und das Spiel geht 3 zu 1 für den Gegner aus. Das passiert, glaube ich, nicht allzu häufig. Klar kann man passieren, aber sehr selten. Und teilweise verschwindet dann irgendwie ein Tor. Das ist echt ganz komisch gemacht. Das wird nicht reichen. Unsere erste Niederlage in der Saison, aber wir haben ja auch nicht das beste Team. Das wissen wir. Haben wir jetzt gesehen daran, dass wir alleine schon 2 Gegner hatten, die besser waren als wir. Ja, schöner Schuss aufs Tor. Schade. Und doch mal langes Ding da. Aber der Torwart ist dran. Und das sieht doch immer klasse aus. Oder? Findet ihr nicht? Also, ich finde es super. Und Spaß macht es dazu. Also, alles in allem. Sehr gelungen und macht wirklich Bock. Leider verloren 3 zu 1. So kann es gehen. Die Spieler sind enttäuscht. Aber es ist halt nur eins von vielen Spielen. Wir haben ein Tor erzielt. Haben damit wieder... Für uns ein 7,0 abgegriffen war, damit der Beste aus unserem Team. Trotz der Niederlage. Also, 7,0 ist stark, weil PS verteilt nicht gerne gute Spielernoten, wenn man verliert. Aber wir haben das erste Profi-Tor erzielt. Auch dafür gibt es GP. Und die persönliche, individuelle Statistik steigt, zumindest, was es hier angeht. Ja, von den Zahlen. Wir gucken einmal ein Tor, eine Torvorlage in zwei Spielen. Also, sind zumindest mal in jedem an einem Tor beteiligt. Bisher sind ja 17 Jahre. Das können wir ja nicht bestimmen. Das finde ich auch gut. Würden auch jetzt sehen, wenn jetzt hier irgendwas steigt. Also, im Sinne von, dass der Pfeil dann geht dann rechts nach oben, wenn ein Attribut steigt. Es sind einige kurz davor oder brauchen nicht mehr lange. Zum Beispiel Efe. Kopfball- und Abwehrstärke. Ich weiß nicht, ob ihr das gut erkennen könnt, weil sich das nicht so wunder... oder nicht so hundertprozentig absetzt vom Hintergrund. Das finde ich, hätte man ein bisschen besser lösen können, weil dieser dezente Blauton verwischt so ein bisschen mit dem Hintergrund. Und, äh... Ja. Also, ich kann es ganz gut erkennen noch, aber ich kann mir vorstellen, dass man da schon ein bisschen Probleme mit hat. Also, Häufigkeit schwacher Fuß, Genauigkeit schwacher Fuß, das ist alles so etwas, was da noch steigen kann. Verletzungsresistenz nur bei 3. Das ist nicht gut. Also, wenn wir... Ähm... Das gucken wir uns nochmal schnell an. Und es ist wahrscheinlich Messi geworden. Da ist es, ähm... Vor Ronaldo. Das ist komischerweise auch bei PS immer so, dass Messi, ähm... europäischer Spieler des Spiele... Ähm... Des Jahres wird. Egal, was passiert. Also, hier wollen wir dann enden. Wie gesagt, zwei Spiele gesehen. Und so wollen wir das auch beibehalten vom Rhythmus her. Ich denke, das passt ganz gut, dass wir hier immer zwei Spiele zeigen. Ich hoffe, es gefällt euch, Pro Evolution Soccer, meine Karriere. Und, äh... Wir werden natürlich weiterhin viele Teile sehen. Und, äh... Und hoffentlich gefällt es euch, wenn es wieder heißt, PS 2015 mit Kentrigo. Bis dahin. DERWALLS 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 DERWALLS